Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeuge. In unserem Lego City Adventskalender sind wir heute bei der Nummer 24 angekommen, das heißt bei dem letzten Türchen. Und für gewöhnlich ist da immer eigentlich das Beste oder was ganz Besonderes drin. Das heißt die Spannung steigt, ich bin ganz gespannt was jetzt hier als nächstes kommt. Und zwar ist es, wie soll das anders sein, ein Weihnachtsmann. So sieht unser Weihnachtsmann dann aus, wenn er aufgebaut ist. Er hat auch hier in der Hand noch einen großen Keks und natürlich seinen Sack, wo er dann die Geschenke drin hat. Und den stelle ich jetzt einfach mal. Hier in die Nähe des Weihnachtsbaums. Ich hoffe, unsere Lego City Adventskalender Reihe hat euch gefallen. Ich habe gemeinsam mit euch alle 24 Türchen aufgemacht. Und hier könnt ihr nochmal sehen, was alles dabei gewesen ist. Ich wünsche euch allen ein frohes Fest, jede Menge tolle Geschenke, eine super Zeit mit eurer Familie. Und wir sehen uns dann zu den nächsten Videos gemeinsam wieder. Bis dann und frohe Weihnachten! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020